Kamera steht, Licht. Keine Spinnweben mehr. Kompakt ist wieder zurück. Ab Montag gehen Sie wieder auf Sendung. Damit erst mal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wirklich phänomenal, der Sieg von Jürgen Elsässer über Nancy Faeser in der Eilentscheidung. Es ist immer noch keine Rückgabe der ganzen beschlagnahmten Dinge erfolgt. Das richtige Studio ist ja noch nicht zurückgegeben. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht von jedem in diesem Lande, der sich an Recht und Gesetz halten muss. Das Urteil ist selbstverständlich inzwischen zugestellt worden bei Frau Faeser. Allerdings hat sie bis heute nicht reagiert. Ich stelle mir das vor, sie sitzt da trotzig mit verschränkten Armen und weigert sich einfach, diese juristische Schlappe hinzunehmen und die Dinge herauszugeben. Sie möchte wohl lieber noch mehr Steuergeld verbraten, indem sie sich von Kompakt dann wieder vor Gericht zerren lassen muss auf Herausgabe der beschlagnahmten Dinge. Und Sie werden am Ende noch gar nicht fertig damit gewesen sein, diese Dinge zu scannen, auszuwerten, zu kopieren, zu analysieren. Denn davon muss man wirklich felsenfest inzwischen ausgehen, dass sie die ganzen Datenträger, die beschlagnahmt wurden, die Dokumente, dass sie wirklich von allem ein Duplikat anfertigen. Egal, ob die Beschlagnahmung unverhältnismäßig war, wenn man die Beweise einmal in den Händen hatte, wäre man als Staat wirklich blöd, wenn man sie sich nicht dann unter den Nagel reißen würde. Das würde ich nicht nur Frau Faeser unterstellen, das würde ich jedem Innenminister unterstellen. Nur mal angenommen, Muslim Interaktiv wird verboten und im Eilverfahren wird dieses Verbot wieder gekippt. Da würde ich auch darum wetten, dass die ganzen Akten dann von Muslim Interaktiv über die Scanner gelaufen sind, dass jede Festplatte kopiert wurde und dass eventuell auf den ganzen Geräten Staatstrojaner installiert werden, irgendwelche Hardware. Deswegen ist die Rückgabe der Hardware von Frau Faeser an Herrn Elsässer und das Kompakt-Magazin hier mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ich hatte schon mal gewarnt vor den V-Leuten, die wohl im Umfeld von Kompakt auch unterwegs gewesen sein müssen. Dafür waren es einfach zu viele verschiedene Verfassungsschutzbehörden, die ihre Finger mit im Spiel hatten. Bundesamt für Verfassungsschutz, Landesamt für Verfassungsschutz, dann das Bundeskriminalamt und so weiter und so fort. Wenn jetzt hier technische Geräte zurückgegeben werden, würde ich Kompakt mal nahelegen, hier einen IT-Forensiker dran zu lassen, um auch wirklich zu prüfen, ob diese Geräte nicht doch manipuliert worden sind. Denn das würde man Ihnen auch unterstellen und auch jedem Innenminister würde ich das unterstellen. Wenn man die Fähigkeiten besitzt, dann wird man sie auch einsetzen. Kompakt will jetzt ab Montag wieder groß auf Sendung gehen abends. Sie haben ein improvisiertes Studio. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Schatz, du kannst mal kommen. Probieren das mal aus. Das ist nur provisorisch, liebe Zuschauer. Ja, wir probieren heute aus unser Notstudio. Der Kanal ist jetzt schon wieder zurück, schon seit einer Woche zurück. Auf natürlich mit den ganzen Abonnenten. YouTube hat da natürlich seine Mittel und Wege. Wenn Kanäle gelöscht werden, dann sind sie für die Öffentlichkeit gelöscht. Es sind sogar alle Videos vorhanden mit den ganzen Aufrufzahlen. Dennoch könnt ihr ja mal prüfen, wenn ihr Abonnent wart, ob ihr das Abo noch habt. Und merkt euch, Montag gehen sie wieder live mit ihrer Sendung. Bin mal gespannt, ob sie dann in einer der ersten Sendungen wieder, dann weiß ich nicht, während einem Livestream-Besuch von der Polizei bekommen. Diesmal wegen was anderem. Mich würde es jetzt wirklich wundern, wenn Frau Faeser die Füße stillhalten kann und es aussitzen möchte bis zur Hauptsachverfassungsentscheidung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie versucht, irgendeine andere Landesverfassungsschutzbehörde oder weitere Dienstbehörde hier anzuweisen, doch nochmal wegen eventuellen Verstößen gegen Arbeitsschutzgesetz, Gewerberecht. Was man sich so einfallen lässt, wie sie ja gesagt hat. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Setzt sich die Regierung über die Verfassung hinweg? Unterwegs auf schmalem Grat im Dienst der vermeintlich guten Sache. Man muss dann mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen, wenn man auch den falschen Leuten Geld gespendet hat. Ich warte vor allem auf die neue Auflage von Kompakt. Ich bin gespannt auf quasi das Comeback, auf diese epische Ausgabe, die sie da fabrizieren werden. Ich bin gespannt, wie hoch die Auflage am Ende sein wird und ob man dann ein Exemplar ergattern kann. Damit unterstützt man sie, glaube ich, jetzt am besten. Und ja, ich gehe immer noch nicht d'accord mit vielen Dingen, was Herr Elsässer sagt. Größter Kritikpunkt ist, er stellt sich auf den Parteitag der AfD in Brandenburg und sagte, ich bin Putin-Unterstützer. Ich bin ein Putin-Unterstützer. Das so offen zu sagen, wo wir wissen, wie dieser Staat mit Leuten, die sich so offen bekennen, umgeht, ist schwierig. Auch das Ganze dann auf die Partei mit aufzudrücken und aufzuwälzen ist schwierig. Jetzt haben wir in den letzten Tagen gesehen, die vermehrten Sicherheitswarnungen wegen Sabotage und wegen Drohnenüberflügen an NATO-Stützpunkten und anderen Stützpunkten, in dem Chemiepark zum Beispiel bei Brunsbüttel, überall wird von russischer Sabotage gesprochen. Die russische Sabotage, die gibt es auch, das kann man nicht leugnen. Russland befindet sich im Krieg mit der Ukraine und hier gibt es Unterstützung von uns. Natürlich wird auch hier sabotiert oder unterstützt bei der Sabotage Dritter. Das Ganze ist am Ende ein Sicherheitsrisiko, eines, was man offen und ehrlich besprechen muss. Nicht alles ist am Ende gleich russisch, nicht alles ist gleich Sabotage. Dennoch ist es eine Gefahr, die man wirklich real akzeptieren und betrachten muss. Und wenn man sich dann offen immer bedingungslos zur Unterstützung von Putin bekennt, vor allem dann hier im Verbotsverfahren die Aussage zu treffen oder hier bei der Partei, die sowieso schon im Auge des Verfassungsschutzes ist, diese Aussage zu treffen. Ich warne immer wieder davor, sie werden der AfD immer mehr vorwerfen und bald wird die Russlandnähe mit Sicherheit zum Problem für die innere Sicherheit deklariert werden, denn sie müssen im Kampf gegen rechts ja weitermachen. Und wenn dann alle diese russlandfreundlichen, bedingungslosen Aussagen immer getätigt haben, dann haben sie hier wieder genug, um Leute anzuschwärzen, in ihre Berichte zu schreiben und die andere Seite, die AfD und auch Jürgen Elsässer, merken gar nicht, mit welchen Waffen sie hier bekämpft werden und machen diese Aussagen einfach weiter. Ich würde mir wünschen, wenn sie da mal etwas mehr Strategie an den Tag legen würden und auch solche Dinge mal mit Experten für die Geheimdienste bzw. für die Verfassungsschutzämter bespricht, dazu gehört dann am Ende auch Herr Maaßen. Ob er dann am Ende U-Boot ist oder wirklich nützliche Tipps hat, müsste man im persönlichen Gespräch mal herausfinden. Dennoch, es ist äußerste, äußerste Vorsicht geboten, wenn man hier das Regime stürzen möchte, wie er immer sagt. Man hat gesehen, das Regime, das wehrt sich, das schlägt zurück, hier mit nicht ganz am Ende demokratischen Mitteln, denn es war unverhältnismäßig, so zumindest nach der Entscheidung aus Leipzig. Dennoch muss man sich jetzt darauf vorbereiten, dass die Tiefschläge noch viel heftiger kommen, dass die Angriffe noch viel hybrider werden, muss man sagen. Und da gilt es wirklich, Leute, in Deckung gehen, anschnallen. Wenn jetzt hier eine Ministerin am Ende wahnsinnig werden würde, wissen wir gar nicht, was sie noch alles für Pfeile im Köcher hat. Ich hoffe, du deabonnierst nicht gleich diesen Kanal, weil ich hier wieder etwas Kritisches gesagt habe. Und wenn du den Kanal noch gar nicht abonniert hast, dann wird es jetzt sofort Zeit. Und auch, wenn du diesem ganzen Wahnsinn hier eigentlich entfliehen möchtest, empfehle ich dir, auswandern mit Kopf. Ein Kanal für arm und reich, für jung und alt. Für jeden ist etwas dabei. Wir stellen verschiedene Länder vor, wir zeigen verschiedene Auswanderer, die es schon geschafft haben. Und wir erklären viele Hinweise, Fallstricke und auch Besonderheiten rund um das Thema Auswandern. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich habe auch Telegram und X für die unzensierten Bilder. Damit, ciao, bis bald.